Was passiert mit einer Stadt in Cities Skylines, wenn man alle Richtlinien aktiviert? Wir haben gerade knapp 38.000 Einwohner und machen gerade 23.000 plus. Und jetzt gehen wir auf die Richtlinien. Und jede Richtlinie bringt irgendwie was Besonderes mit, zum Beispiel bei Stromverbrauch. Dann geht der Unterhalt von Gebäuden hoch, aber wir verringern den Stromverbrauch. Wann bubert's? Okay, wir machen jetzt einfach mal alles an. Also ich glaube, dafür ist das irgendwie nicht gemacht. Erstmal sieht es total kacke aus, wenn man jetzt überall diese Symbole sieht. Dann ziehen gerade sehr, sehr viele Leute aus und wir machen mega krass Minus. Aber da hilft nur eins, schneller machen. Ich meine, die müssen sich ja erstmal an die neuen Regeln gewöhnen, ne? Ich sehe gerade, bei der Besteuerung ist das ein bisschen komisch. Also können die Sachen glaube ich erstmal aus. Aber lasst uns auf den Putzraum, bleibt an. Ja, wird nicht unbedingt besser, wenn wir jetzt knapp minus 100.000 Einnahmen haben. Also Richtlinien können cool sein, aber aktiviert diese bitte nicht alle auf einmal in allen Stadtteilen. Weil das ergibt erstens gar keinen Sinn und ist zweitens mega teuer. Aria!